Die Stecher GmbH ist ein innovatives mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Sauldorf-Krummbach. Eine gute Berufsausbildung wird hier besonders groß geschrieben. Wir bilden derzeit 23 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker und Mechatroniker aus. In unserer modernen und gut ausgestatteten Lehrwerkstatt erlernen unsere Auszubildenden sämtliche Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung. Für die vielfältigen Bearbeitungsschritte, angefangen vom Sägen des Rohmaterials über das Drehen, Fräsen, Pfeilen und Schleifen bis hin zum fertigen Bauteil, stehen unseren Auszubildenden Handarbeitsplätze, konventionelle Werkmaschinen sowie hochmoderne CNC-gesteuerte Bearbeitungsmaschinen zur Verfügung. Die von unseren Auszubildenden gefertigten Bauteile und Komponenten werden in unserer Automatisierungsabteilung für den Aufbau unserer hochmodernen Roboteranlagen benötigt. Nach der Grundausbildung arbeiten unsere Auszubildenden wochenweise in den verschiedenen Abteilungen mit und erhalten somit einen direkten und umfassenden Einblick in die Betriebsabläufe bei der Stecher GmbH. Neben dem Erlernen sämtlicher hochpräziser Mess- und Prüfverfahren bildet auch die Arbeitsvorbereitung ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung unserer angehenden Zerspanungsmechaniker. So sammeln unsere Auszubildenden umfassende Kenntnisse im Umgang mit den unterschiedlichsten Werkzeugen und finden auch für die schwierigsten Herausforderungen die passende Lösung. Selbstverständlich gehört auch das Programmieren sowie die aktive Mitarbeit an unseren hochmodernen CNC-Drehmaschinen zu den grundlegenden Ausbildungsbausteinen. Für unsere angehenden Industriemechaniker und Mechatroniker bieten wir in unserer Automatisierungsabteilung STEC beste Voraussetzungen für eine gute Berufsausbildung, angefangen von der Erstellung von 3D-Zeichnungsmodellen bis hin zum Aufbau und der Inbetriebnahme unserer innovativen Roboterprüf- und Fertigungsanlagen. Auch die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bietet vielfältige Zukunftschancen. Die sehr abwechslungsreiche Berufsausbildung umfasst sämtliche softwaregeschützten logistischen Tätigkeiten, angefangen von der Warenannahme, dem Ein- und Auslagern über das Zusammenstellen von Lieferungen und Tourenplänen bis hin zur Optimierung unserer logistischen Prozesse. Ein gutes und harmonisches Miteinander, abwechslungsreiche Freizeitgestaltung und gemeinsame Unternehmungen sowie vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten machen die Ausbildung bei STECHER GmbH zu etwas ganz Besonderem. Werde auch du ein Teil unseres stetig wachsenden Familienunternehmens und überzeuge uns mit deiner Bewerbung. Werde auch du Historie n Birmingham 店 ave cham Karen Knie Knie 4 0 Knie Knie